Das war ein Pizzar. Ein Pizzar. Ein Pizzar. Ein kleines Bisschen. Verstehe nicht, warum viele genauso teuer sind wie die Pizzar. Norddeutscher Rundfunk Ich habe ihn gecued. Das ist halt vorbei. Aber dann klappt das nicht. Man kann es ja noch ändern. Ich habe hier die Theorie, dass wir jetzt gegen mich spielen wollten, weil er gecued hat bei Hannover und in der nächsten Runde gegen mich dran. Aber ich hätte mich nicht angemeldet, das habe ich mir gesehen. Das ist ja ganz schön. Und das ist ja sehr schön. Wer hat es doch der Duna eigentlich gemacht? Ja, das ist ja auch der Duna. Das ist ja auch der Duna. Das ist ja kein Duna mehr. Aber ich glaube, jeder wollte bei der Roller-Situation rein und guckte. Ich meine, er war ja in der Schwierde. Und die Türschule? Ja, das war's nicht. Ich glaube, jetzt bin ich mir getroffen, weil jemand, den ich kenne, im Mathe-Schuleverraum, der nicht die Vier-Nächtig-Szene hat. Deswegen muss er Mathe-Schuleverraum aus dem Mathe-Schuleverraum ausgesucht. Und der hier ist ja dabei auf der Arnofa, vielleicht soviel der da jetzt. Der war ja auch unter Arnofa. Naja, der geht halt da hin, weil es ja zwei Stück phar gibt. Dass er jetzt mein Stück phar steht. Ist ja dieses Mal das erste Mal. Weiß noch. Das war dieses Mal das erste. Was ist denn? Was ist denn? Ja. Warum wollen wir natürlich was gehen mit Schöne? Ja. 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 Musst du Dennis, äh, müsste Ubeno sagen. Ich will ja noch kein Tio. Ja, du sagst auch immer, dass es nicht seine Sache ist. Ja. Wir brauchen nicht 10 Kaffee. Boah. 50% durch einen Dotz. Ist das Kacko. Ja. 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 Hier haben wir ein Exemplar. Vielleicht Anfang 30 oder so. Ja. Ein Shiny. Ja. Eine Rarität definitiv. Ja. Oh shit. Da gehen die... Kannst du die Kommentare von Zichlo löschen? Ja, ich bin ja hier... Achso, du kannst nicht jedermanns Kommentare löschen. Ist das aktuell eins, zwei Scherz? Ja, zwei. Ja, zwei. Ja, zwei. Wie läuft es mit deiner Hütter? Ja, das ist okay. Nein, komm, komm. Ich muss gehen gerade. Nein, ich muss gehen. Wie viel? Zwei, ne? Ja. Zwei, ne? Zwei, ne? Zwei, zwei. Oh. Zwei, zwei. Ja. Zwei, zwei. Zwei, zwei. War der echt? Ne, weiter weiter. Zwei, zwei, drei, drei, drei. Zwei, drei, drei, drei. Zwei, drei, drei, drei. Ich brauche das nicht. Nö. Nur noch mehr. Jetzt Zeit, timeout. Ja. Jetzt ist es kras. Ja. Oh! Parasol. Parasol. Du musst gegen Maunvalorischen rein. Also dass du das schon besser vorfällst? Oh! Oh! Also kannst du Top-Age kommen? Kann ich das noch? Achso, doch. Das war eigentlich mein Minimum. Du hast ja dafür gelassen. Die letzten zwei Wochen habe ich erst. Ich habe Säuber besiegt. Und noch jemand? Nö. Werber. Zweimal Werber? Nö. Ich glaube, das geht gar nicht. Bestimmt umfangen. Also bei Top, keine Ahnung. Ja, aber bis dahin. Also da muss er vorher gewonnen haben. Und dann kriegst du das. Das ist vielleicht cute, oder? Ja. 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 Dann könnte ich das. Ja. 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 Oh! Oh, ey, ey, ey! Vorher war der Verkaufe. Trost, cancel, rest! Was, hab ich nie gehört? Hast du nie gemacht? Nee... Na, ich bin doch nicht so gemein. Du kennst noch nie, was... Ich weiß noch nie mal, was du hast. Darum... Darum, wie... Wenn du es nicht unterschickst, finde ich nicht. Ne, du schläft doch natürlich nur ein. Es stimmt, ja. Die haben es falsch wie programmiert. Die wollten doch machen, dass du dabei... Prozent wiederhälst. Echt so. Erholung hin. Oh, wenn wir hier... Oh, dieser PowerSheet. Genau so hat er bei mir auch gespielt. Der funktioniert so einfach. Ja, die PowerSheet sonst nicht. Ich dachte schon, er holt sein Game. Aber das sieht jetzt nicht mehr so aus. Das war im Samway richtig sick. Oh, die Reverse PowerSheet. Gibt ihm noch eine letzte Chance. Fast gesniped von der Finger. Oh, der Abspray! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go, Stroheim! Let's go, Stroheim! Stro... Let's go, Stroheim! Stro... Stroheim kann man auch sagen. Das ist lustiger. Stroheim... Live-Übertragung. Live ist auch englisch. Aktuell... Ja, aber live... Du bist mal im Deutschen auch. Schnell-Übertragung. Oh. Echtzeit-Übertragung. Echtzeit-Übertragung. Jawoll! Stroheim-Echtzeit-Übertragung gegen den jungen Ulrich. Fersicht gegen Fuchs. Das ist ein hartes Match-up auf jeden Fall für beide. Hat jeweils 96... 69%... Oh, fuck. Oh, der 69%-Kill! Oh, der 69%-Kill! Oh, der 69%-Kill! Neutral-Area... Die Turn trifft auch. Voll an den Kopf. Berlin bleibt stark. Berlin bleibt Peach. Oh, die SDI auf der Up-Air! Wie wunderschön! Die hat er geübt. Das hat er mir gesagt. Wie Running Up-Smash-Stick. Running Up-Smash-Stick. Ey, das ist das Gute. Das hätte man anderen Fuchs sagen. Das ist das Gute. Was ist das? Oh, shit. Schmufus. 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 Schmufi. Schmufi. Wenn John Wayne mit Ophi's Team machen würde, das zum Schmufus. Auf jeden Fall ein gutes Kommentar hier. Nice back L von Peach. Oh! Der Trait. Mach wieder lustig, wenn beide gleichzeitig in Luft liegen, wenn man beide für eine Sekunde nichts machen kann. Hast du das Club gesehen, wo Dennis und Concey die BFC womit gehabt haben? Ne. Wann war das? Oh man mal. Krass. Wurde ja beide auf der linken Seite. Oh! Und dann hat Concey und Lee einfach gemacht. Oh mein Gott. Das klingt fantastisch. Trossim geht hier wieder in Führung. Auf dem ersten Counter-Pick von Young Ulrich. Tatsächlich. Ja. Da sind die aberst drin. JLo, Jennifer Lopez. Seit der Super-Wall-Harkstage-Show gibt es hier ein Simp unter uns. Das Simpt jemand JLo. Oh mein Gott. Da liest er ihn. Er sagte nein, du bleibst lieb. Und dann gritt der Lochelter. Und er kommt doch wieder zurück. Und da ist noch Weihnachtsmash. Das kann Game 5 werden. Juhu. Jetzt kann ich die Pferde vor den Wagen spannen. Ich hab nur gesagt, das kann. Das kann. Das kann alles passieren. Oh shit. Oh shit. Da hat er ihr Geld guardet. Er redet noch mit seinem Kameraden. Ganz easy weiterherstellen. Das ist ein friendlyes Match. So an JLo. Er simpt halt hart für Jennifer Lopez. Kann man halt schon so sagen. Wenn sie einen Onlyfans hätte, wäre er der erste Subscriber. Naja. Ja. Geil. Ja. Oder so. Oh der passt wohl gut. Der Rest ist eh noch der Sonnenbriller. So. Oh. Oh shit. Hast du diesen fucking Edge-Gun gesehen? Ja. Jetzt kommt noch die. Wie viel? 2. Und der Upsmash. Game 5. Game 5. Game 5. Game 5. Wie viel? Wie viel? Wie viel? Wie viel? Wie viel? Wie viel? Für Arthur. Ah. Ah. Arthur du hast verloren. Ja. Leider ist jetzt der Stream-Window nicht mehr open. Das können wir nicht mehr sehen. 3-3. Ja. Ja. Sieg gewinnt das Match-Up 3. Und dann guter. Gut. Was? Ja. Achso. Okay, so viel haben wir nicht gekostet. Oh shit, let's go. War das ein Dauntilter? Warum rollt er nicht? Warum rollt er nicht einfach? Das war faul, das könnte ihn jetzt was kosten. Da ist der Fox trotzdem weg. Oh, er wusste. Oh mein Gott. Gelesen wie eine Hure hat er ihn. Das ist ein Clip, aber nicht. Okay, dieser Up-Smash-Dodge, dieser Up-Smash-Dodge. Aber dann trotzdem. Jawohl, der... Oh mein Gott, er catcht ihn mit der Forwarder. Das war wichtig. Das war wichtig, an den Stock bei 90% zu ziehen. Denn er braucht jetzt diesen Vorsprung, wenn er weiterkommen will. Oh, die SDI auf der Abwehr schon wieder. Wunderschön. Die V, da kommt er schnell raus. Die Straussling kriegt einfach jeden einzelnen Up-Smash in dieser Runde. Er kriegt jeden einzelnen Up-Smash. Genauso hat er auch Vision rausgeschmissen. Der Wave-Schein hat er auch schon ein paar Mal gemacht. Was ist mit diesem Straussling los? Wirklich sicker Shit bisher, muss man sagen. Er ist bei oben. Nicht vorne, er ist oben einfach. Die Weide-Zweiß-Sachs bei 80%. Gamefuck. Der Up-Smash bei 80%. Fox ist so ein Wichse. Ist das halt zwei? Ach, sie war zwei. Alter, ich hab's. Oh, der Up-Smash! Der... Oh, shit! NTSC, baby! Can we get some Fock in TSC in den Chat? Can we get some Bone in TSC in den Chat? Oh mein Gott! Die Wave-Schein ist heute sehr clean. Doch durch die Backyard kommt er nicht durch. Last Docs Situation, Fox. Steht auf der Plattform. Letzter Stock. Letzter Ast ist drin. Ast? Stock. Äh, Aktion. Nein, das darf noch gar nicht sein. Oh, shit! Applaus 沒 Wunsch, prima, quasi!